In diesem Video zeige ich dir eine Berechnung zum gleichschenkligen Trapez und zwar eine sogenannte Umkehaufgabe. Das heißt, wir haben hier den Umfang gegeben und müssen daraus zuerst die Seite C und dann in einem weiteren Schritt den Flächeninhalt berechnen. Schauen wir uns die Aufgabe näher an. Gegeben ist ein gleichschenkliges Trapez mit folgenden Angaben. Der Umfang beträgt 140 Meter, die Seitenlänge A 61 Meter, der Schenkel B 27 Meter und die dazugehörige Höhe 20,1 Meter. Was hier fehlt, ist die Parallelseite zu A, das ist die Seite C, die wir brauchen für die Berechnung des Flächeninhalts. Der Flächeninhalt, das ist ja dann die zweite Frage. Wie immer ist es sinnvoll, hier mit einer Skizze zu beginnen und zwar hier eine Skizze vom gleichschenkligen Trapez. Hier fällt auf, dass wir statt der Seite D die Seite B zweimal haben, weil gleich lange Seiten werden ja in der Mathematik mit der gleichen Variablen bezeichnet. Daraus können wir die Umfangformel ableiten für das gleichschenklige Trapez und diese lautet U ist gleich A plus zweimal B plus C. Und diese Formel brauchen wir für die Berechnung der Seite C, weil wir müssen immer mit der Formel beginnen, von der wir eine Angabe haben. Und das ist hier in diesem Fall der Umfang. In einem nächsten Schritt ersetzen wir alle Variablen, die wir können, durch Zahlen von der Angabe. Statt dem Umfang U verwenden wir jetzt 140 Meter, die Seitenlänge A beträgt 61 Meter, die Seitenlänge B 27 Meter und die Seite C ist die zuberechnende Variable. Wir haben hier also eine Gleichung, weil jede Formel ist auch eine Gleichung mit der unbekannten C. Hier müssen wir aber nicht gleich mit der Umformung beginnen, sondern wir fassen zuerst auf der rechten Seite die Zahlen zusammen. Das machen wir in einem ersten Schritt, indem wir 27 mal 2 berechnen, das ergibt 54. Damit können wir noch weiter vereinfachen, 61 plus 54 ergibt 115 Meter. Und jetzt haben wir eine relativ einfache Gleichung. Um C alleine zu stellen, müssen wir nur 115 auf beiden Seiten eliminieren. Wenn ich von 140, 115 Meter abziehe, bleiben 25 Meter übrig und auf der rechten Seite plus 115, minus 115, da bleibt das C übrig. Damit habe ich die erste Aufgabe erledigt. Die Seite C des gleichschenklichen Trapezis beträgt 25 Meter. In einem nächsten Schritt berechne ich jetzt den Flächeninhalt. Der Flächeninhalt bei einem gleichschenklichen Trapez wird berechnet mit der Formel Klammer A plus C, Klammer zu. Das sind die zwei parallelen Seiten mal die Flächenhöhe geteilt durch 2. Auch hier setze ich in einem nächsten Schritt die Variablen durch die Zahlen. Das kann ich ja jetzt, weil ich ja bei C berechne C ist 25. Für A setze ich 61 ein, für die Flächenhöhe 20,1 Meter und dann wieder geteilt durch 2. Die Berechnung führe ich mit dem Taschenrechner durch und erhalte als Ergebnis für den Flächeninhalt 864,3 Quadratmeter. Das kann ich ja jetzt, weil ich ja jetzt die Flächenhöhe 20,1 Meter und dann wieder geteilt durch die Flächenhöhe 20,1 Meter und dann wieder geteilt durch die Flächenhöhe 20,1 Meter. Das kann ich ja jetzt, weil ich ja jetzt die Flächenhöhe 20,1 Meter und dann wieder geteilt durch die Flächenhöhe 20,1 Meter und dann wieder geteilt durch die Flächenhöhe 20,1 Meter.